Hallo, mein Name ist Annika Henkelmann und ich freue mich, dass Du Dir gemeinsam mit mir diese kleine Auszeit an meinem Lieblingsort schenken möchtest. Suche Dir hierfür einen schönen, ruhigen Ort und mache es Dir gemütlich. Setze oder lege Dich bequem hin, so dass Du Dich richtig wohlfühlst. Wenn Du soweit bist, atme einmal tief durch die Nase ein und schließe beim Ausatmen langsam Deine Augen. Nimm Dir einen Moment, um anzukommen und atme entspannt weiter. Beobachte, wie Du kühle Luft einatmest und etwas wärmere Luft wieder ausatmest. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Raum und Zeit sind jetzt nicht mehr von Bedeutung. Du musst jetzt überhaupt nichts tun. Niemand bestimmt es sein. Lasse Dich vom Hier und Jetzt liebevoll und schützend umarmen und genieße einfach Dein Sein. Stell dir nun vor, dass Du barfuß, einen kleinen, ebenerdigen Sandweg entlang gehst. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Du spürst den weichen, warmen Sand unter Deinen Füßen. Du hörst die Vögel singen, ganz nah und auch in der Ferne. Und am Ende dieses Weges siehst Du eine Düne. Du gehst direkt auf sie zu. Siehst ihren Sand und die grünen Gräser, die auf ihr wachsen. Und dann steigst Du auf die Düne hinauf, weil Du wissen möchtest, was sich hinter ihr befindet. Oben angekommen siehst Du das wunderschöne und scheinbar endlos weite Meer vor Dir. Du atmest tief und wohlig ein und spürst augenblicklich die Kraft und Energie, die diesen Ort so besonders macht. Du steigst die Düne hinab und gehst direkt ans Ufer. Als Du mit Deinen Füßen im Wasser bist, bleibst Du stehen und genießt dieses herrliche, erfrischende Gefühl. Du nimmst alles um Dich herum ganz bewusst wahr. Das Licht der Sonne funkelt auf der Wasseroberfläche wie tausende kleine Diamanten. Du riechst die salzige, nährende Seeluft und spürst den warmen Wind auf Deiner Haut. Du schließt Deine Augen, um noch intensiver ins Fühlen einzutauchen. Du atmest tief ein und wieder aus. Fest mit der Erde verwurzelt nimmst Du wahr, wie die Wellen ans Ufer gespült werden und anschließend wieder gehen. Du spürst, dass jede kommende Welle Dich über Deine Füße mit frischer Energie und Kraft versorgt. Und dass sie, wenn sie wieder ins Meer zurückfließt, jeglichen Ballast, den Du eben vielleicht noch gefühlt hast, mit sich nimmt. Du spürst eine tiefe und starke Verbundenheit mit dem Ozean. Du spürst seine unendliche Kraft, die sich auf Dich überträgt. Jede kommende Welle schenkt Dir noch mehr Energie, Freude und Leichtigkeit. Jede wiedergehende Welle befreit Dich von Negativität und Stress. Du lässt alles vollständig los. Spüre die Wellen des Ozeans kommen und gehen. Und nimm wahr, wie sie Dich von innen reinigen und mit neuer, frischer Energie versorgen. Wellen der Entspannung und Zufriedenheit fließen durch Deinen gesamten Körper. Du spürst den unendlichen Ozean der Liebe und des Vertrauens in Dir. Du fühlst Dich lebendig. Du fühlst Dich frei. Dein Kopf ist herrlich ruhig, kühl und klar. Du bist vollkommen im Einklang mit Dir selbst und mit allem, was ist. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Mit dem Kopf ist. Und dann nach und nach verblassen die Bilder vor deinem inneren Auge. Du kommst langsam zurück. Kreise langsam deine Schultern. Bewege deine Hände und Arme. Du kannst dich recken und strecken, folge den Impulsen deines Körpers. Öffne deine Augen. Lasse deinen Blick langsam wieder klarer werden. Und behalte das wunderschöne, positive Gefühl tief in dir. Ich wünsche dir nur das Beste. Alles Liebe. Namaste. Deine Annika Deine Annika Deine Annika Deine Annika Deine Annika